Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Green Hell mit Robin. Guten Tag, guten Tag. Erstmal erstochen von hinten. Oh ne, ne Krabbe. Bleib hier. Du hast grad ziemlich viel essen unterwegs. Ja, irgendwie schon. Die ein oder andere Krabbe rennt hier rum. Das ist merkwürdig. Teilweise gespeichert. Teilweise nicht. Ich hab noch zwei Nüsse. Eigentlich gehabt, die sind weg. Danke für nichts. Ja, das ist eine Geschraub. Na, vielleicht haben wir eine Kiste noch irgendwo eine oder so. Ne, hab ich gerade gesucht. Okay. Da sind ja die Nüsse raus. Ah, okay. Ich hab auf jeden Fall zwei Krabben gefangen. Das ist schon mal sehr gut. Sehr geil, ja. Okay, was haben wir eigentlich vor in dieser Folge? Ich weiß es gar nicht. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß es leider auch. Einfach wieder ein bisschen erkunden oder Essensjagd gehen. Ja. Wir müssen, wir müssen ja auf jeden Fall noch. Ah, ich hab vier Krabbe. Noch ne Krabbe sehr gut. Ich hab das Gefühl, die haben das Aiming irgendwie. Das war schwer. Also man kann die jetzt irgendwie schlechter treffen, die Viecher. Oder du stellst sich nicht so gut an. Nein, daran kann es nicht liegen. Hier ist erstmal ne Nuss. Sehr schön. Ja, ich bräuchte echt... Oh, hier sind nochmal gerade zwei runtergefallen. Sehr geil. Rennst denn du hin? Ach, du rennst hier oben rum. Okay. Hier sind gerade zwei Nüsse rumgefallen, ne. Okay, hab ich noch ne Axt? Ja, ich hab ne Axt. So, ähm, da lag auch ein großer Stein. Okay. Ich werd mal kurz zu dem gehen. Dann kannst du nämlich auch ne schwere Stein anziehen. Okay, äh, wo bist'n du? Da? Ja, warte, hier irgendwo lag auch ne nämlich. Hier, halt an. Jetzt können wir zurück und dann brauchen wir noch einen langen Stock. Okay, hier liegen auch noch Steine. Ha, ich nehm mal gleich auch noch einen mit. Ja, okay. Sehr gut. Also einen großen Stein und einen langen Stock brauchen wir sozusagen. Und ein Seil, ja. Okay, Seil ist kein Problem. Mal gucken, ob hier vorne ein langer Stock rumliegt. Ja, hier liegt ein langer Stock rum. Nee, das ist meine, die ich genommen hab. Das hat sie nicht gespeichert. Okay, ein langer. Aber ich hab nur ne Axt. Okay, schwere Steinachs. Und dann stell ich die mir mal her. Mhm. Die müsste ordentlich reinhauen. So, Metallspeer hab ich, ne Fackel hab ich noch, ne Metall-Axt hab ich ja sogar. Okay. Stimmt. Hör mal, ich kann ja dich noch irgendwas aus Metall. Ich kann ja die Fackel mal raus packen. Metallspeer, ja. Okay. Also ihr braucht auf jeden Fall eine Lüste, das steht fest. Mhm. Mhm. Okay, ne schwere Steinachs. Oha. Kann man da vielleicht sogar die großen Bäume damit fällen? Oh, das kann sein, ja. Und grundig ausprobiert. Die Palmen oder so, aber ich glaube nicht. Meinst du? Hm, ne. Doch, doch, doch. Oh, okay, krass. Das geht. Ich brauche auch natürlich sehr viel Energie. Ja. Aber ich denke, wir kriegen dann mehr Holzbaus dann. Oh, das war's schon. Oh, große, große Blöcke hier. Große Sachen zum Bauen für die... Ja, schön. Große Holzscheide bekommt man da raus. Geil. Okay. Ähm, es wird schon wieder abends. Nicht so bohle. Mhm. Irgendwo höre ich da ein Schwein. Da ist ein Schwein. Okay. Ähm, so. Ich weiß ja gar nicht. Irgendwie können wir bestimmt auch krassere Pfeile herstellen. Mhm, bestimmt vergiftete oder so. Mhm, das auch. Aber bestimmt aus Metall. Weil derzeit haben wir ja nur normalen Pfeile. Ja. Ah ja, ja, ja. Was? Schlechtst du mir alles an? Mhm. Mhm. Okay, ja, wollen wir dann mal los, weil ich bin voll gerade. Mhm. Warte mal, ich würde gerne mal hier vorne. Das heißt, die hat immer weggehuckt. So eine Falle aufbauen. Ja. Mhm. Wir sind, hier rennen ja die Tapire rum. Ja. Okay. Okay, warte mal, da braucht man so eine Tötungsfalle würde ich gerne aufstellen. Da braucht man aber vier so eine Holzbalken. Kannst ja mal zwei mitnehmen. Ich nehme auf zwei. Ja. Ja, ja. Und vielleicht rennt ja dann so ein Tapire mal hier vorne rein oder so. Ja, hoffentlich. So, dann packst du deine zwei da rein. Okay. Ja, Silo. Ach, ein langer Stock noch. Ein langer Stock noch. Mhm. Einen langen Stock werden wir doch irgendwo finden, ja. Okay, ich hab ein Schwein erlegt. Okay, ein Pfeil und Bogen. Ja. Ja. Äh, was war das denn? Na gut. Mein Pfeil ist gerade irgendwie in die Kurve geflogen. Ach, hier gab's noch Bambusblätter. Na, das ist natürlich. Eieieieie. Okay, was hab ich denn jetzt Neues gekriegt? Okay, wir brauchen keinen langen Stock mehr. Okay, gut. Oh, das war aber viele Seile. Einige. So. Ich bin ja gerade durchgelaufen, das war das Ganze. Ja. So, jetzt müssen wir da aber irgendwie Essen rein. Ich packe da... Hm, was packt man da rein? Palmherz hab ich hier. Dann packe ich da mal einen Köder rein, wenn ich da einen Fisch reinlege. Nee, da weiß ich auch nicht, ob die... Naja, wir probieren es einfach mal. Ja. Mal sehen, vielleicht rennt ja irgendwas rein. Hoffentlich. Es regnet es aber auch schon wieder. Ich weiß nicht, wollen wir uns erstmal hinlegen kurz, oder wollen wir losgehen schon? Das wird, glaub ich, auch gleich abends, ne? Mhm. Ähm... Ja, da würde ich mich vielleicht schon vorher erstmal hinlegen, weiß ich nicht genau. Ist vielleicht besser. Ja. Ich bin's hier eine Weile. Oh, nein, da ist schon der Leopard. Oh, naja, der ist gerade weggerannt, hat's gesehen. Der ist gerade weggerannt, ja. Gott sei Dank. Und mit unserem Metall, ähm, Ausrüstung, kriegen wir den eigentlich ganz gut weg. Ja, naja, wie gesagt, ich hatte ja, glaub ich, in der Einfolge mit zwei... Ähm... Mit... Mit... Ne, mit zwei Pfeilen, glaub ich, wenn mich nicht alles täuscht. Warte, ich hab noch einiges an Fleisch, oder? Oh, je, 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 je. Ab Haufen Lagerfeuerasche, ja. Mhm. Ja, wir müssen halt am besten Fleisch vielleicht irgendwie echt mal trocknen, ne? Mhm. Mhm. Aber jetzt brauchen wir dafür Salz, oder sowas. Weil wir brauchen echt mal Essen, was länger haltbar ist. Okay. Essen zerstören... Ah, doch, guck mal, jetzt trocknen's. Jetzt ist das Beispiel, wenn wir trocknen, dann würde ich mal alles trocknen, oder? Ah. Dieses PKer. Ja. Das ist vielleicht auch neu, vielleicht ging das auch vorher noch nicht, weil da hat's ja Ihnen wohl angezeigt. Ja, stimmt. Aber ich würde vielleicht hier ein Dach drüber bauen, ne? Ähm... Ne, das ist irgendwie was los. Über das, über das, ähm, Trocknungs-Dings da? Mhm. Ja. Mhm. Aber die haben einiges zugefunden. Hast du schon gesehen, wir konnten es richtig, wenn denn alles bauen? Ja. Also ich kann ja auch was drüber stellen, ja. Okay, würde ich vielleicht mal machen, oder? Komm mal so, ja. Ja, glaub ja. Ja. Vier Stück brauchen wir, glaub ich. Okay. Feuerblatt. Wer hast du? Zweier? Äh, drei. Ach, drei. Okay, dann bring ich den vierten, da müssen wir ja noch ein Dach draufsetzen. So. Lange Stöcke bauen wir noch, ja. Lange Stöcke brauchen wir noch, ja. Okay. Ja, also wir können jetzt so langsam unser Haus bauen, ne? Also ein richtiges Haus bauen. Wir können da brauchen wir zwar noch richtige Wände ausleben, kommen wir, sonst was. Oh, die Falle hat ausgelöst. Oder? Ne. Ich hab gedacht, weil das so ein Geräusch gerade war. Na du nicht. Dann nicht. Genau. So, wir haben mal sehen, wie man hier lange Stöcke kriegen. Oh, die kostet aber echt viel Ausdauer, junge Junge. Die Axt kostet richtig viel Ausdauer, ja. Hm. Warte mal hier, bis ich den Baum fühle. Wir waren zwei lange Stöcke, also zwei lange Stöcke habe ich. Okay. Ähm. Auch mal nochmal zwei lange Stöcke dann. Und dann müssen wir uns bestimmt mal schlafen legen, damit wir vielleicht ein bisschen mehr Energie kriegen oder so. So, du singst noch zwei lange. Ja, hat zwei. Hat zwei, okay. Hat zwei. So, dann nehme ich gleich nochmal das Palmedach. Ich weiß gar nicht, was nehmen wir da für eins. Ich denke mal. Ähm. Pum, pum, pum. Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt die Dächer auch hier. Oh, wir können da noch andere machen. Wir können da noch andere. Ach so, das sind Plattformen. Ach so, das sind ja gar keine Dächer. Wenn ich mal schauen, wo wir hier, wo finde ich denn jetzt Dächer hier? Äh. Dächer? Waren eigentlich immer ganz oben. Sind sie aber nicht mehr. Äh, wo sind denn hier Dächer? Dächer, Dächer. Fußgängerbrücke. Ähm. Trockengestell, Wassersammler. Okay, das ist geil. Mit Fenster, ach hier, Dach. Okay, was nehmen wir da ab? Palmenblätter oder Bananenblätter? Was haben wir noch mehr? Ich denke mal Palmenblätter, oder? Hm, ja. Palmenblätter würde ich auch sagen, ja. Ah, kann ich aber nicht drauf. Ach so, du musst, gehst du mal bitte weg da? Oh, äh, Entschuldigung, ja. Ich kann gerade nicht weglaufen, die Hilfe. Aber ich kann ja kein Dach draufsetzen auf das hier. Oder ist das hier still noch nicht fertig? Noch, ist schon fertig gebaut. Ja, kann ich aber kein Dach draufsetzen. Äh, ich glaube, weil hier was im Weg ist, ne? Kann das sein. Hm, es ist rot. Ja, guck mal hier. Hier ist auch ein Stock von diesem Gebäude hier im Weg. Toll. Okay. Aber es trocknet trotzdem weiter, auch wenn es regnet, also... Geht man das nicht weg hier? Weiß gar nicht. Okay, geil. Wir können jetzt auch schwimmende Rahmen bauen, wir können Baumhausrahmen. Hast du schon gesehen? Das habe ich schon gesehen, ja. Ja, wir können das Baumhäuser bauen, aber geil. Aber irgendwie, das Ding kriege ich nicht weg, ne? Ja, dann ist das... Ja, ich glaube, das können wir nicht abreißen. Weil es zur Story gehört. Ach so, okay. Okay, das natürlich schlecht. Oder wir können in allgemein eine Praxis ein Gebäude abreißen. Ist halt nicht Seven Days, ne? Mhm. Okay, dann war das natürlich jetzt gerade ein bisschen sinnlos. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Aber zumindest kriege ich hier jetzt eine Wand dran, überall die snappen jetzt alle hier. Das ist schon mal sehr gut. Ja, geil, ja. Ich komme ja nicht mehr da rein. Okay. Es wird nur eine Frage, ob wir hier eine Wand, was... ...was... ...was Holz. Boah, wir könnten natürlich hier so eine kleine Wand hinstellen. Also ich würde sagen, wir gehen vielleicht mal ein bisschen auf Ressourcensammlung und fangen wir an, uns irgendwo einen Baum, einen Baum aufzubauen, ja. Okay. Okay, ich würde aber sagen, wir gehen erst mal schlafen, oder? Damit wir mal ein bisschen mehr Energie kriegen. Ja, aber guck mal, wollen wir hier hinten? Warte, mit so wenig Energie möchte ich eigentlich nicht loslaufen. Okay, ja, warte. Ich meine, das ist ein Baum. Kann ich dir gleich zeigen. Kannst du so eine Plattform bauen, oder? Hm, wir haben ja nämlich direkt diesen fetten Baum mit diesen Lianen stehen. Da können wir eine Plattform dran bauen. Okay. Guck ja hier hinten. Wir sehen zwar gar nichts, aber... Na doch, ich sehe schon noch ein bisschen was. So schlimm ist es jetzt nicht. Ja, doch. Sag kurz nach mal aufstehen, dunkel. Hier, dieser fette Baum. Ja. Da können wir eine Plattform dran bauen. Okay. Baumhausrahmen, ja. Wo hast du den gefunden? Bei, bei... Ganz oben rechts. Ganz oben rechts, ja. Auf der, eins, zwei, drei, vier, fünften, sechsten, sechste, siebte Seite. Ja. Okay. Oh, da kommen wir ja nicht... Ich sehe das, hm. Oh, alter, was, ja. Soll ich mal... Soll ich mal ihn setzen? Ja, mach mal, oder? Äh... Oh, da kommen wir jetzt... Das ist der größte Baum. Holzscheite brauchen wir da. Wie kommen wir da hoch, ist halt die Frage, ne? Ja, da musst du mit so einem Seil, denkt wahrscheinlich hoch, denke ich mal, oder? Äh... Ja, ich bekomme... Bogenfalle... Nehm... 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 Hier mit so einer Kletterstelle auch mal eine Seite. Ja, ja. Und wie... Man kann sogar jetzt auch Fußgängerbrücken bauen. Da kommen wir von Baum zu Baum. Mhm. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal Holzscheite, zwölf Stück. Oh Gott, das hat Spaß. Okay, und das Ding kostet nur ein Seil. Ja. Okay. Warte mal, wir haben doch grad das Ding hier aufgebaut. Wenn wir das jetzt zerstören... Ja, ja. Dann kriegen wir das wieder. Boah. Unsere Sachen wieder. Elter. Okay. Okay, was brauchen wir? Holzscheite, ne? Holzscheite, ja. Ah, Hilfe. Nur zwölf Stück ist... Okay. Ist schon hoppig. Junge, Junge. Aber ist halt die größte Plattform, die man bauen kann. Ja. Ja. Ja, dann müssen wir die doch mal fertig kriegen. Vielleicht schaffen wir das ja in der Folge. Ja. Ja, sehr gut. Ich denk mal, wir kriegen so... ein paar Wiener zusammen. Okay, wo gibt's hier fette Bäume? Mhm. Und mit der großen Axt kannst du die mit zwei Schlägen fällen. Ach, die ganz dicken auch. Ja. Okay. Die ganz dicken geht auch. Ich kann endlich mal richtig abholzen hier. Ja. Aber ich... Da oben sind wir wahrscheinlich auch... Da oben sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen sicherer dann. Ja, auf jeden Fall. Da kann's ja theoretisch keiner erreichen. Wenn sie nicht irgendwelche Affen oder so reingepatcht haben. Ja, das wär's. Die uns deines Lebens zur Hölle machen, ja. Ich weiß nicht, können Ureinwohner... An Seilen hochklettern. Äh... Gute Frage. Okay, welche brauchen wir noch? Ich seh nichts. Wie viel wir noch brauchen? Ähm... Äh... Es ist vier Stück noch. Okay, zwei hab ich hier. Oh, das ist eine große Beine. Da kommen sogar drei Stück raus. Ja geil. Ich muss mir kurz ein paar Egel entfernen, dann bin ich irgendwo da. Ich weiß nicht, wo die mal herkommen, ich bin nicht mal im Wasser unterwegs. Zwei Stück brauchen wir noch. Ja. Die hab ich hier, glaub ich. Okay, dann hab ich hier lange Stöcke. Ich weiß nicht, ob man lange Stöcke dann braucht. Aber bestimmt, ne? Ja, doch. Wir brauchen, glaub ich, einige lange Stöcke. So wie's aussah. Achso, Holzschwatte. Ich hab die restlichen zwei Holzschwatte. Okay, sehr gut. Das Update ist echt geil. Was gefällt mir? Boah, 24 lange Stöcke. Okay. Zweier hab ich schon mal mehr. Okay. Ja, man kann, glaub ich, aus dem großen Stöcken, kann man da nicht kleine Stöcke draus machen oder so? Wenn man dann sammelt oder so, dass da... Hm. Hm. Ja, du kannst so lange sammeln, bis du normale Stöcke oder kleine Stöcke draus machen musst. Genau. Das ist halt wirklich ziemlich heftig. Okay, sieben Stück haben wir schon. Hm. Ich hab mit der neuen Axt jetzt echt gut. Ja. Ja. Man sollte nur mal aufpassen, wo das hinfällt, ne? Hm. Ja, ich hab hier alles auf den Weg geschmissen. Und wo ist... Okay, warte mal, hier ist noch... Und du müsst hier eigentlich noch ein langer Stock rumliegen. Hm. Hm. Ich hab jetzt zumindest noch irgendeinen... Kolon immer so weit. Hm. Oh ja. Na, zehn Stück haben wir ja schon. Ja, jetzt elf Stück. Oh, ich bin dreckig, ich muss mich da mal waschen, denk ich mal. Okay. Dann kommen jetzt mal die langerwarteten Baufolgen. Okay, ich hab drei lange... Drei lange Stöcke wieder, sehr gut. Zehn Stück fehlen noch. Okay. Hm, ich müsste vielleicht mal ins Wasser gehen, mich waschen. Dann kann ich gleich mal schauen, ob ich hier... So. Diese fetten Palmen können wir doch jetzt auch fallen, ne? Die fetten Palmen kann man jetzt auch fallen, ja. Da kommen, ähm... Alter, ja. Die Holzscheide raus. Keine langen Stöcke. Ähm, na, da musst du dann die Holzscheide wahrscheinlich, ähm... Ähm, nochmal bearbeiten, dass du dann die dünnen Stöcke rauskriegst. Das müsste ja gehen. Okay, ich schau grad mal, ja. Sammeln. Also aus den Holzscheiden müsstest du eigentlich lange Stöcke rauskriegen, oder? Ne, leider nicht. Da kommen nur einen Haufen normale Stöcke raus. Okay. Das ist aber low. Man kriegt aus einem fetten Baum nicht mal einen einzigelten langen Stöck. Das ist sehr schade. Bei uns gehen hier langsam die kleinen Bäume aus. Ja, ich hab nochmal... Okay, 16 haben wir. Alter, okay. Gut, ich renne mal kurz ein bisschen weiter weg. Hier liegt noch ein langer Stöck. So. Vielleicht haben wir hier vorne noch. Glipp, manchmal liegen sie ja so rum einfach. Ja. Wenn wir Glück haben, haben wir hier noch irgendwo welche liegen lassen. Okay, unsere Falle hat ausgelöst, aber eine Strömung, na klar. Soll. Manu. Okay. Da liegt da ein Holzschalt. So, langer Stock, langer Stock, langer Stock. Okay, ich hab hier auch nochmal zwei jetzt. Das sind alles nur kleine Stöcke hier. Wenn ich nochmal ein langer Stock habe ich auch nochmal zwei. Okay, sehr gut. So. Aber nochmal. Okay. Okay. Ich hab hier. So. Wie, wir fehlen noch? Sechs Stück fehlen noch. Ich hab fünf. Okay, wir brauchen noch einen. Okay. Ich geh irgendwo noch einer rum, komm schon. Ja, du kannst sowieso nicht so viel tragen. Ich hab sechs Stück. Ich weiß nicht, ob man fünf oder sechs Stück tragen kann. Achso. Fünf kann ich tragen. Okay, okay, okay. Ich trage gerade fünf Stück, ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich bin halt ein Kraftpaket. Ja. So. Aber Ausdauer kostet die extremen, die Axt. Ja, aber echt. Das wird echt krass. Okay, einer noch. Ja. Oh, das war ein großer Baum. Ah ne, da gibt's einen langen Stock. Okay, ich hab noch zwei. Die sind noch langen Stock. Ne, wir müssen in den Rachen. Glauben, glaub ich, jetzt noch Plattformen reinbauen. Okay. Aber auch noch einen tatsächlich. Wann komm ich da jetzt nicht ran? Ist schon fertig. Achso, jetzt noch mal ein Seiler. Okay. Zwölfstück hab ich leider nicht, ich hatte nur sieben. Okay. Ich hab auch meine restlichen Seilereien gepackt. Alles klar. Aber wir haben ja Gott sei Dank Bäume, wo wir uns... Ja. Genau. Hallo. Die Ahnen holen können. Okay, ist fertig. Okay. Jetzt müssen wir Rahmen reinsetzen. Äh, ich meine Plattform, soweit ich weiß. Okay. So, vielleicht müsste man erst mal... Soll ich mal schauen, ob ich eine Plattform reinbauen kann? Hm. Wir müssen ja erst mal eine. Wir müssen eine Plattform mit Aussparung, da könnte man ja dann hochklettern oder... Nehmen wir nur eine normale Plattform. Ich würde eine mit Aussparung auf jeden Fall nehmen, wie du schon gesagt hast. Und dann normale. Okay, guck mal, soll ich die da hin machen? Kann ich die nicht sogar drehen? Ich werde die vielleicht hier rein machen, oder? Dass sie nicht direkt beim Weg ist, ich weiß nicht. Was hier hinten? Äh, ne, hier vorne, guck mal. Hier an der Seite vielleicht. Ja, oder? Da? Ja, okay. In der Mitte würde ich sagen. Ne, oder da? Egal. Aber jetzt muss man nur mal gucken, jetzt brauche ich ja normale Plattformen noch. Wollen wir die in der Mitte machen, die Plattform? Bevor du jetzt hier mal drauf losbaust? Wie in der Mitte? Na, ich würde erst mal sagen, dass wir überhaupt, dass wir was haben zum hochkommen. Ne, ich meinte ja, das... Weiß nicht, wie du's haben willst. Der Eingang in der Mitte, meinte ich. Zum hochklettern, oder? Es ist egal, dass es jetzt links ist. Achso, warte mal, ich mache erst mal hier fertig. Ja, das noch mal durch hier. Ja. So, warte mal. Da würde ich nämlich vielleicht den Plattformaufstieg in der Mitte machen. Das ist vielleicht praktikabler, oder? Hm. Aber jetzt kann ich hier aber nicht mehr wegmachen. Doch, mit Kuh. Kuh halten, dem montieren. Ja, aber ich komme jetzt nicht mehr ran. Ach doch, oder? Hm. Jetzt kann ich. Okay. Okay. Ich habe die Mitte schon weg gemacht. Ja. So, warte mal. Wie bist du da hin? Genau hier in der Mitte, da ist vielleicht besser. Aber da ist ja auch nur, da hängt es ja so nah am Baum dran. Kann man es nicht drehen? Ja, ich sehe überhaupt nicht. Eigentlich sollte man es drehen können, aber irgendwie würde er das nicht drehen. Ähm. Wo ist das? Okay. Wo ist das? Warte mal. Und jetzt, wenn du so? Nee, dann ist so nah am Baum dran, so wie es vorhin war, das ist vielleicht möglichst weit außen ist. Wenn du erstmal drehst. Ist das umständlich, ey, das? So. Ähm. Na, anders geht es ja nicht. Wer da ist das Loch links oder rechts? Ja, dann machen wir es so. Ja. Okay. Muss man nur gucken, ob man das Seilding da drauf kriegen. Dann müssen wir erstmal fertig bauen, denke ich noch, ne? Ja. So. Okay, sehr mal los. Oh ja, wir brauchen so viele lange Stöckeln. Mhm. Na, ich. Alle, ja. Gott, erstmal diese alten Blätter hier weg machen, die sind so nervig. Ja. Ist ja gar nichts hier. So. 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 Hm, was kommt dann da drauf? Holzplanken oder so, ne? Ja. Wir können ja immer erstmal eine fertig bauen eigentlich. Genau, ja, ich mach von die in der Mitte fertig. Dass wir jetzt schon mal diesen Seilaufstieg drauf bauen können. Ja. Oh mein Gott. Wir müssen einfach den ganzen Wald hier roden. Ja, das wächst ja alles nach, man muss nicht so sehr kaputt machen. Ja. Oh Gott. So. Ein Holzscheit. Äh, da müssen wir einen langen Stöckeln. Mhm. Okay, okay. Okay. Okay, wir brauchen jetzt. Nur noch Holzscheite, glaub ich, ne? Okay. Okay. Ja, ich glaube, in langen Stöckeln sind wir in der Mitte fertig. Eine Holzscheite sind ja diese großen, ne? Ja. Ja, das steht halt nur langer Stöckel. Ich weiß nicht genau, was der jetzt hier will, in der Mitte. Langer Stock sagt er mir noch, da vier Stück. Ne, da steht überlanger Stock, aber die langen Stöckel sind doch fertig. Achso, ne, vielleicht müssen wir erst mal das Grundgerüst fertig bauen, dass wir da weiterkommen. Ja, okay, kann sein. Dann brauchen wir noch mehr langen Stöckeln. Okay, gut. Dann beenden wir die Folge hier. Wir schauen mal, dass wir die langen Stöcke zusammen kriegen und dann schalten wir euch wieder dazu, wenn wir damit fertig sind soweit. Zumindest mit den langen Stöcken. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. 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 Tschüssi.